Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Lange ist es her, ich sehe es erst mal als kleines Informationsvideo für euch. Also es wird heute nicht viel passieren und zwar warum kamen die ganze Zeit keine Folgen von Minecraft Wastik. Das Problem war, dass meine Festplatte abgestürzt ist und ich keine Möglichkeit hatte, irgendwie die Dateien wiederzubekommen. Aber was soll ich jetzt sagen, mir ist es gelungen. Ich habe Dateien wiederbekommen und dachte mir, hey Leute, es geht weiter und zwar mit Minecraft Wastik. So, allerdings habe ich das Problem auch, ich weiß nicht, wo wir waren. Und dann dachte ich mir, gut, wir schauen mal nach. So, wir hätten diesen Tast noch nicht gemacht. Wir gucken mal, wo wir waren. Ah, hier waren wir. Time to killen. Allerdings haben wir den doch gerade, haben wir den schon gemacht gehabt, ne? Weil das ist ja der hier oben. Oder erricht mich da? Ja, eigentlich war der nicht. Ähm, wir bauen den also nochmal ab. Und dann, Iron Pick Exit. Und dann haben wir den anderen. Ne, haben wir nicht. Ja, genau diese sind es. So, 8 Schritte sollten wir machen und damit haben wir so gemacht. Kann sein, dass ich ein älteres Backup habe. Und deshalb im Endeffekt keine oder den Quest noch nicht hatte. Können wir gleich mal daneben bauen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Übrigens kann sein, dass ihr ein paar Nebengeräusche hört, ne? Das ist meine Family. Ähm, und zwar habe ich hier ein neues Mikrofon. Und ja, also das ist jetzt dadurch auch helltheoriegerecht. Ich muss mir unbedingt noch was einfallen lassen. Aber das haben einige von euch schon im Stream mitbekommen. Block of Cold. Hauen wir mal wieder rein. Steel Block nehmen wir raus. Das Ding ist auch schon voll. Ja, wir müssen halt gucken, wo wir gewesen sind, wie weiter geht. Ähm, alle das wissen wir momentan nicht. Da kriegen wir den Hämmer. Deshalb haben wir den auch, glaube ich, nicht gehört. Dynamite, äh, müssen wir uns machen. Das kriegen wir nur aus dem Void Miner. Ja, äh, den können wir uns noch nicht bauen. Steam-Hammer hatten wir doch auch schon. Bin ich soweit zurückgesetzt. Gut, äh, das heißt wir müssen uns auch nochmal den Steam-Hammer bauen. Oder wir gucken erst mal, wie wir hier Energy rein kriegen. Was soll man sonst noch an Quest, die wir machen könnten, um nicht in dieser Reihe weiterzugehen? Inba, Inba, Inba machen wir uns. Eisen und Nickel. Nickel dürfen wir haben, ne? Nickel und... Weißen. Ein Stack am Start. Jetzt weiß ich auch, warum ich diesen da oben starte. So, lass mal durchlaufen. Dann müsste ich diesen Steam-Hammer nämlich eigentlich auch irgendwo hier haben. Dann hab ich den nämlich definitiv auch schon. Die Frage ist nur, wo ist alles wieder? Hier haben wir nur Loot-Chests. Oh, haben wir Loot-Chests? Haben wir Loot-Chests gehabt, die wir noch nicht geöffnet haben? Wir haben alle Platten, das ME-System. Okay. What the fish? What the fish? Gut. Money müssen wir noch wegstecken. Hier ist noch nur Where Loot-Chests. Die gehen hier auf. Gut, jetzt schmeißen wir sie wieder rein. Warum es auch immer nicht aufgehen wird. So, dann können wir noch ein bisschen Pinke-Pinke in das Portemonnaie stecken. Welches ist, wo das ist. Egal. Mach es mir erst mal hier mit rein. So, wie gesagt. Ähm. So viel werden wir heute nicht hinkriegen. Fluid-Tank. Da irgendeine Flüssigkeit. Pinbar. Ironbar. Quarz. Quarz haben wir nicht. Also kommen wir da auch noch nicht weiter. Wir müssten also in den Nether. Die Frage ist nur, wie kommen wir in den Nether. Wir müssen uns. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken. Objekt. Was dafür sorgt, dass wir schwimmen können. Das ist allerdings. Ist ja die Frage ist, wo ist das Ding. Das ist auch hier noch nicht mit bei. Das ist der Miner. Kann sein, dass ihr keinen Ton hat. So. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ihr doppelten Ton habt. Müsstet jetzt wieder abschalten. Wie war da ja meine Stimme? Wie gesagt, das ist eigentlich auch nur ein kurzes Video. Um euch zu sagen. Hey Leute. Es geht weiter. Ja. Ihr seid nicht vergessen. Ich glaub das Ding ist es. Ein anderer finde ich nicht, weil es annähernd so aussieht, als könnte man damit schwimmen. Also. Also. Ich bin der Punkt noch zu sagen. Ich bekomme die Punkt euthuse. Ich habe nöneruge. Sie bekommen das Ding. Äh. Ich habe nöner Ingalls. Zheng. Ich habe nöner dich, als habe ich ein Video zu sagen. Das ist jetzt. Ich habe nöner gehalten. Ja, was soll ich dasmış. Ich habe nöner hätte. Sooo, wie gesagt, wir gucken, findet man so auch nicht, ne, also denke ich mal schon, damit es satt ist. Gut, das heißt, wir gehen mal in der Quest durch und gucken mal, wir brauchen zwei Hängegleiter, da brauchen wir Alumnplates, haben wir Alu da, Aluminium, machen wir uns mal. Ja, genügend. Was tut denn da noch schön was? Signalium. Mal ein bisschen Aluminiumplatten. Tin und Lid pulverisiert. Was? 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 Was ist denn so schnell? Da ist auch noch was drin, ne? Reicht, dankeschön. Hm, jetzt müssten wir uns erstmal so was wie nen Tank bauen. Ich glaube, da sind wir beim letzten Mal auch stehen geblieben, dass wir uns nen Tank bauen wollten. Aber wir brauchen Quarz. So, jetzt können wir das Ding nämlich mal hier hinstellen. 3 Stück und jetzt brauchen wir mal einen Eimer. Wir hatten auch mal einen Eimer. Betonung, ob wir hatten. Wir haben sogar noch nen Tank. Wir hatten also auch schon gemacht. Wir hatten noch irgendwo nen Eimer. Entschuldigung. So, jetzt stellen wir den Tank hier also auch noch hin. Und dann füllen wir das mal alles voll hier. So, der ist, ne? So, dann gucken wir mal schnell nach. Wir brauchen Soda. Und Soda haben bei uns. Wir brauchen wir doch Strom, oder? Wir brauchen pulverisiertes, das war das Problem. Wir brauchen pulverisiertes, das war das Problem. Hat das noch mal typisch? Nein, gut. Wie? Hier konnten wir pulverisieren. Und dann nehmen wir mal die Hälfte. Ab geht's Schmitzgatze. Und dann nehmen wir mal die Hälfte. Wir brauchen das Problem. Wir brauchen das Problem. Jujo Leute wie gesagt Es gab eine Methode, das auch gleichzeitig in einem Eimer zu kurven. Müssten wir noch mal nachgucken. Müssten wir noch mal nachgucken. Oder? Das Problem ist, dass wir überhaupt keinen Strom haben. Eigentlich müsste man mit Ember anfangen, um Strom zu bekommen. Müssten wir noch mal komplett zurück in den Questbook. Wir könnten die Dinger bauen, aber die Dinger bringen uns nichts ohne Strom. Das heißt... Das wird gerade zu viel. Das Problem ist, dass ich momentan nicht weiß, wo wir aufgehört haben und angefangen haben. Das ist ja so lange her schon. Ich überlege gerade, wie wir am besten Strom machen könnten. Also es war glaube ich mit Ember. Die Frage ist nur, wie war das mit dem Ember? Also wo finde ich den Quest dafür? Hier ist Ember. Aber hier kommen wir nicht weiter. Warum kommen wir hier nicht weiter? Weil wir den noch nicht gemacht haben? Weil wir den noch nicht haben. Aber den können wir auch nur mit Ember machen. Ember Bricks. Und Flemming, äh Flemming, äh Flemming kriegen wir auch nur. Ember da. Nicht richtig übermitteln. Ne, wir können aus Ratz, wenn wir Leder machen. Dann haben wir den Leder schon mal fertig. Wir haben schon Leder. Also war ich doch schon da irgendwo? Der Spider. Also das kriegen wir jetzt definitiv nicht klar. Gut, wie gesagt, einfach nur eine Informationsfolge. Seht das erst mal so. Muss mal sehen, wie wir jetzt da weiterkommen. Wie wir da weiter machen können. Ich weiß auch noch nicht, wo wir da eigentlich angehalten sind komplett. Hier haben wir so dabei. Und ich weiß nicht, was damit war. Ich bin momentan... Wir haben schon einen Fluid Compasor. Jetzt müsste ich mal gucken. Aber wie gesagt, das Problem war, dass wir Energy brauchen. Und Energy haben wir überhaupt nicht. Egal was wir machen. Wir brauchen Strom. Warum? Ich kann sie nicht machen. Quoting in gear. Das ist die Frage, was als Quoting in gear. wahrscheinlich muss ich das hier erst noch nehmen ich bin kreativ da müsste ich im nether gewesen sein das problem ist auch dass ich noch nicht weiß wie ich in den nether komme ich würde mal sagen wir beenden den stream gut wie gesagt ich beende den stream und wir sehen uns im nächsten stream wieder wir versuchen das nether portal zu finden das muss irgendwo hier unten sein oder das nether portal ist hier unten oder das nether portal ist da unten oder genau alle guten dinge sind vier nein bei mir sind es acht da irgendwo oder da irgendwo keiner weiß es wir schwimmen nächste runde los also bei bei ich bin dann mal raus wir sehen uns im nächsten video um 13 uhr am 14 7 also bei bei ich bin dann mal raus Bis zum nächsten Mal.